Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute mal über Footpath, eine App, die eine der großen Unzulänglichkeiten der Apple Watch ausbügelt. Es geht um Navigation. Navigation mit Abbiegehinweisen für Wanderer oder für Fußgänger, aber auch die Erstellung von eigenen Routen für Radfahrer oder fürs Joggen und um Offline-Karten. Apple müsste hier selbst mehr machen, keine Frage. Es wäre jedoch unfair, Footpath nur daran zu messen.